Ich muss sagen, ich habe sehr aufmerksam zugehört und wir haben die ganze Palette dessen gehört, was man von einem solchen Parteitag hören kann. Von Umarmung bis zu offener Kritik war alles dabei und ich denke, das ist auch richtig und notwendig, denn das ist in der Tat das, was die Gespräche und die Diskussion der letzten Monate auch bewegt hat. Die Frage, wie gehen wir in den Wahlkampf, das hat die SPD für sich im März bereits entschieden und wir haben natürlich auch für uns sehr viel Zeit und sehr viel Gespräch in Anspruch genommen, um zu dieser Situation heute zu kommen. Ich gehe davon aus, dass es hier eine sehr breite Zustimmung geben wird und ich darf mich jetzt schon an dieser Stelle herzlich dafür bedanken. Zwei Dinge möchte ich noch kurz erwähnen. Und es ist in der Tat so, dass die Frage, was erreicht wurde, natürlich ein sozialer Punkt im Wahlkampf sein wird. Das ist aber auch sehr deutlich gesagt worden. Und das war schließlich auch, dass wir im Wahlkampf sagen müssen, was sollen die nächsten Jahre bringen. Ich denke, wenn wir das nicht tun, dann schätzen wir die Stimmung, die in der Stadt ist, falsch an. Aber das können wir tun, weil wir haben ja etwas zu bieten. Deswegen lasst uns die nächste Zeit nutzen, beschlossen einen Wahlkampf zu geben und lasst uns in nächster Zeit die Zeit auch nutzen, wirklich nur mal in die Diskussion zu kommen, was sind die wichtigen Punkte, die wir nach vorne bringen wollen. Ihr habt eine Erwartungshaltung formuliert, die haben wir im Vorhinein diskutiert. Das ist auf den Weg zu bringen und auch wirklich die Zeit nutzen für Diskussionen, was ist in den nächsten Jahren das, was zu bewegen ist, zu dem, was ja schon bekannt ist. Natürlich sind Dinge wie das Schulbauprogramm gesetzt. Die Menschen erwarten, dass sie mitgenommen werden wollen. Ich denke, das ist die Grundlage für einen erfolgreichen Wahlkampf. Denn eins wissen wir auf jeden Fall, Nachlage der Dinge wird die nächste Person, die das Amt führen wird, auf jeden Fall tun wird es sein. Und wir wollen, dass es die richtige Kommission ist. Danke.